ja hallo mein lieben wir sind wieder da heute wollte ich mal eine unsere komode in der flur für euch umräumen und aussortieren und mal schauen wie das läuft ich habe kein make up drauf ich sehe schlimm aus und die brunner wollte heute mit drehen und dazu habe ich hier zwei boxen mal schauen ob ich alles rein kriege die kleine die kleinen kram hier rein hatte ich mal bei teddy geholt steht zwar black day aber das war von teddy habe ich die geholt 75 und ja ich zeige euch jetzt die komode und ja machen wir den schrank mal auf und ja da fällt schon was raus ja super so sieht er aus hier haben wir schon umgeräumt letztes als im dezember als mama hier war und da fehlt jetzt das ist die katastrophe hier oben alles um und dran ostendeko haben wir auch hier ja Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ja, 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 ja. Schon ein bisschen leer außerdem. Ja, ja, ich mach mal weiter. Ja. 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 und am ende zeige ich euch was ich aussortiert habe was ich weggeschmissen habe und wie das hier aussieht alles eben schaut mal das ist alles fast müll das ist für ossa die eier auch die weg das kommt auch weg das ist für weihnachten packe ich noch packe ich hier packe ich noch oben bei den weihnachtssachen das auch das weiß ich nicht ob ich das behalten das ist alles müll papier und plastik und das werde ich auch wegschmeißen hier die kerzenhalter benutze ich sowieso nicht mehr und das ist papierkram für unsere wohnzimmer und ja das kommt noch meine blumen frische blumen und jetzt zeigt bruna oder ich wie das drin aussieht alles oder ich zeige so das sieht so aus jetzt hier ist amadeko das ist hier wenn wir was verschicken alles habe ich nur von wahrnachten jetzt und das ist alles drin für partys und so geburtstage auch diese dinge für die ballons da ist die kiste mit nur diese luftschlangen da sind nur kerzen und feuerzeuge oder zünderholzer da kommt auch deko meine vasen und hier zum deko und hier auch noch meine bilderrahmen das ist von biatisch die die elektrische holad sie das ist von da und hier drin ist noch so farben so zum fürs gesicht zum wenn fasching oder karneval ist und da sind zum für die kinder dann auch so sieht das jetzt leer aus ich muss mir noch zwei kisten solche besorgen für die deko und dann kauf ich noch zwei und dann ist das hier voll und back die deko da rein noch und vielleicht die schminke oder lass das hier aber erstmal ist das in ordnung und die spiel und die spiele von den kindern ist auch umgeräumt und ja ja es hat sich dann gelohnt ne ja meine lieben ich hoffe meine kleine video hat euch gefallen lässt mir gerne feedback da ich freue mich immer und ich sage tschüss und ach so vergesst nicht daumen nach oben zu lassen wenn ihr mögt oder ja abonnieren auch ist kostenlos bei uns und wir sagen tschüss